Willkommen bei Business Time Die Hauptbühne für Ihr Unternehmen Hallo Und willkommen zu einer neuen Folge von Business Time Und heute möchte ich Ihnen Udo Deppisch vorstellen, falls Sie sich für Marketing und erstaunliche Lebensgeschichten interessieren Er ist Vater von 5 Kindern Er ist ein Marketing-Experte und hat in seinem Leben viel erreicht Er wird Ihnen davon erzählen Also, hallo, hey, Elias, wie geht es dir? Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf Und lasst uns Ja, ich bin gespannt darauf Wie? Wie Sie sagten, es ist sozusagen Geschäftszeit Und tatsächlich besteht unser Leben immer aus Geschäftszeiten Wissen Sie, wenn Sie Ihr eigenes Leben führen und Ihr eigenes Geschäft betreiben, geht es für Sie immer nur ums Geschäft Denn eines der wichtigsten Dinge, die die Leute immer falsch verstehen, ist, dass es sowohl privat als auch beruflich ist Eigentlich kann man das nicht wirklich trennen Und wenn Sie jeden Tag herumlaufen und lächeln, spielt es keine Rolle, ob Sie geschäftlich unterwegs sind oder nicht Sie sind glücklich Sie wissen, dass Sie innerlich glücklich sind Und wenn Sie innerlich glücklich sind, können Sie anders mit den Leuten reden und die Leute nehmen Sie anders wahr Aus diesem Grund ist eigentlich immer Geschäftszeit Sei einfach immer glücklich und lächle weiter Weißt du? Toll, das ist glücklich sein Ist Ihr Unternehmen glücklich? Ja Toll Und tatsächlich liegt der Hauptfokus hier darauf, andere Menschen glücklich zu machen Denn das ist das größte Ziel im Leben Was ich habe, ist, was mich immer glücklich macht Wie Sie also sagten, bin ich seit vielen, vielen Jahren im Geschäft und bekomme Nachrichten von vielen Leuten Ich habe erst vor fünf, sechs Tagen eine Nachricht aus Rumänien bekommen, die ich auf Facebook gepostet hatte Ich habe den Namen gelesen Der Familienname klingt, das weiß ich, aber den Vornamen kenne ich nicht Also, ich habe die Nachricht gelesen Hey, Herr Deppisch, ich freue mich sehr, mit Ihnen in Kontakt zu treten Meine Mama und mein Papa reden immer über dich, was du getan hast und wie du ihr Leben verändert hast Wissen Sie, das ist und das ist Ich habe ungefähr von 1996 bis 2005 in Rumänien Es ist also 20 Jahre her Und dann reden die Kinder und die Menschen immer noch darüber Weil wir den Menschen die Möglichkeit geben, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten Und das ist es, was mich, wissen Sie, glücklich macht Das ist das Beste überhaupt Mit Geld kann man nicht warten Es ist einfach Glück Toll, es heißt ja, wenn Sie finden und tun, was Sie lieben, müssen Sie in Ihrem Leben keinen Tag mehr arbeiten Ich habe also das Gefühl, dass es bei Ihnen genauso ist und das ist erstaunlich Und ich möchte, sagen wir, von Anfang an mit Ihnen beginnen Weil ich weiß, dass Sie eine erstaunliche persönliche Geschichte haben Wissen Sie, Ihre Arbeit als Verkäufer, wie Sie mir erzählt haben Erzählen Sie also allen, die uns jetzt zuschauen, ein wenig, wie Sie dazu gekommen sind, Marketing-Experte zu werden Wie Sie in diese erstaunliche Welt des Multilevel-Marketings gelangt sind Nehmen Sie uns einfach mit an den Anfang Du nimmst es von Anfang an Ich schätze, es ist genau dasselbe, wenn Sie in den Spiegel schauen und das Video sehen Wissen Sie, ich wurde irgendwo und nirgendwo geboren, in einer kleinen Stadt Ich schätze, wir hatten mehr Tiere mit vier Beinen als Menschen mit zwei Beinen, die irgendwo lebten Ich denke, das ist eine gute Sache, tatsächlich Es ist unglaublich Rechts, die Kindheit war unglaublich Wissen Sie, zu unserer Zeit mussten wir drei, vier Kilometer zur Schule laufen Die Eltern haben uns nicht abgesetzt Niemand hat uns abgesetzt, nichts, wissen Sie, man musste einfach alles alleine machen Ich bin also in normalen, normalen Gegenden aufgewachsen, hatte ein normales Leben, meine Mama und mein Papa Normale, normale Leute und mein, mein erster Job, was ich übrigens gemacht habe, wäre in der sechsten Klasse fast durchgefallen Also, ich war wirklich so, ich bin in Deutschland aufgewachsen Aber eigentlich in Bayern, also war mein Deutsch eher ein starker bayerischer Dialekt, der fast versagte Und erst ab sieben, acht, neun lief es besser Und dann, ähm, habe ich meinen ersten Job gemacht Ich begann, einen Job als Flempner zu suchen Ursprünglich wollte ich Koch werden, wissen Sie Aber ich war, ich weiß nicht, vielleicht zehn Zentimeter kleiner und jetzt ungefähr 50 Kilo schwerer Ich schätze, Sie hatten Angst Ich esse mehr, als ich auf den Teller bringe Aber ich kann Sie mir als Koch in einer Küche vorstellen Weißt du, du, du siehst so aus Ja, ja, aber ich meine, ich bin jünger als ich Junior, er ist ein Junior-Koch Ihm gefällt, was er tut Und so Und ich habe als Flempner angefangen Und das ist, das ist, was ich tat, bis ich eines Tages eingeladen wurde Äh, ich ging abends aus Und so beginnt normalerweise unser Geschäft Ich bin abends ausgegangen Äh, es war ein Club und ich stand an der Ecke Ich trank gerade meine Cola Als eine Frau auf mich zukam und sie sah wirklich wunderschön aus Äh, vielleicht zehn Jahre älter als ich Und sie sprach mit mir und sagte Sie sehen aus wie ein Geschäftsmann Wissen Sie Ich dachte Oh mein Gott So ging es mir Wir unterhielten uns 15,20 Minuten lang Und sie sagte mir Ich kann mein Leben ändern Sie können etwas mehr Geld verdienen Wenn Sie möchten Sie können Ihr eigener Chef sein Wir begannen zu reden Und tatsächlich verließ ich ein paar Stunden später das Haus Ein paar Stunden später nahm ich meinen Eltern das Auto ab Weil ich Kenz hatte Und dieses Mal fuhr ich zu einer 400,450 Kilometer langen Zweitagesveranstaltung Für deren Teilnahme ich mein letztes Geld bezahlt hatte Dieses hier kostet 250 Deutsche Mark Also etwa 125 Und ich habe das für das Wochenendseminar und so weiter hier bezahlt Es war das erste Mal Dass man im Publikum Leute wie mich sah Normale Leute Wissen Sie Ich trug meinen 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 alten Anzug Was ich hatte War vielleicht drei Vier oder fünf Passt doch nicht mehr Oder Wissen Sie Und am Ende des Tages werde ich das nie vergessen In meinem Leben Sagte der Hauptredner am Mittwoch Leute Wenn ihr an euch glaubt Könnt ihr alles erreichen Was ihr wollt Aber zuerst müsst ihr an euch selbst glauben Und dann könnt ihr alles erreichen Was ihr wollt Und was sagte er zu meiner umwerfenden Situation Ich glaube an sie Und wenn er sprach Sah er allen Leuten in die Augen Es war für mich wie scheiße Wann hat Ihnen jemand gesagt Dass er Ihnen glaubt Wann haben Sie das gehört Ich glaube du kannst es schaffen Von den Eltern erfährt man das meist nicht Von ihren Freunden hören sie das nicht Oder du hörst es nicht Das ist also Was ich höre Und dann habe ich mit meinem Network Marketing begonnen Ich begann mit meinen Freunden zu reden Ich begann mit meinen Leuten zu reden Und ein paar Jahre später Gründete ich mein erstes Network Marketing Unternehmen Mein eigenes Unternehmen Erzählen Sie uns ein wenig darüber Wissen Sie Es war Als ob ich immer eine Wissen Sie Ich hatte immer eine verrückte Idee hätte Sagen Sie immer Wenn es jemand anderes fann Kann ich es auch Wissen Sie Das ist es Woran ich gedacht habe Wenn es jemand anderes fann Kann ich es auch Also gründete ich mein erstes Unternehmen Wir haben 1990 Genauer gesagt 1990 Wir haben das fast drei Jahre lang gemacht Und nach drei Jahren habe ich gesagt Leute Das ist okay Das ist gut Ich habe mich von meiner ersten Ex-Frau scheiden lassen In dieser Zeit möchte ich Dass Sie zuerst und dann Ihrer Ex-Frau zuhören Eine Geschichte kommt auch Ich habe damit also eine Linie Und Äh Ich bin weggegangen Und zwar nach Monte Carlo Ich habe mein Leben als Mann genossen So wie es für mich gemacht wird Ich möchte mein Leben genießen Ich habe nichts getan Das einzige Problem war Nichts zu tun Ich habe in weniger als zwei Jahren Etwa 30 Kilo zugenommen Ich sah also ein bisschen aufgedunsen aus Aber der Punkt war Dass es auf diesem Weg weiterging Und die Herausforderung besteht darin Wenn ich zurückdenke Dass es immer eine Herausforderung war Und der Grund Warum ich mich scheiden ließ War ein einfacher Grund Ich sah mich selbst Ich kann mein Leben ändern Ich habe selbst erkannt Dass ich meine Zukunft selbst bestimmen kann Wenn ich Energie Zeit und Mühe In die Dinge investiere Ich möchte nicht Dass jemand anderes Meine Zukunft kontrolliert Also Aber das Problem war Wenn man unter normalen Umständen aufwächst Ich habe vorher bei Audi gearbeitet Und alle haben gesagt Hm Wenn du bei Audi arbeitest Bekommst du ein 12-Monats-Gehalt Plus Weihnachtsgeld Plus Feiertage Urlaubsgeld Und was auch immer Sie haben einen sicheren Arbeitsplatz Was auch immer sie tun Sie sind sicher Bist du 65 Man kann mit 65 oder mit 66 in Rente gehen Man kann alles weitergeben Was man getan hat Wissen Sie Und nach all diesen Seminaren Und all diesen Dingen Dachte ich Dieses Leben kann nichts für mich sein Hier habe ich also den Audi abgestellt Ich habe meinen Job aufgegeben Und wollte einfach mein eigenes Leben führen Und ich habe den Preis dafür bezahlt Und das ist es Was die Leute verstehen müssen Wenn sie im Geschäftsleben Oder im Leben erfolgreich sein wollen Müssen sie bereit sein Den Preis zu zahlen Und mein Preis war in diesem Fall einfach Äh Ich habe mich scheiden lassen Weil ich wusste Wenn ich bleibe Werde ich ausflippen Meine Eltern stritten sich die meiste Zeit Von Zeit Eigentlich die meiste Zeit Wirklich Also Und ich möchte nicht in einer Situation Wie dieser aufwachsen Also habe ich einen Schnitt gemacht Und gesagt Okay Ich gehe Also ging ich und glaubte an mein Leben Ich glaubte an mein Geschäft Und ich habe immer noch eine super coole Beziehung Zu allen meinen Meinen drei Kindern In diesem Fall ist mein Ältester mittlerweile 33 Und promoviert in Los Angeles Meine Zwillinge leben in München Durch eines davon bin ich nun nochmal Opa Also bin ich bald doppelter Opa Aber das ist schön Und so begann ich ab 1996 Mit der Gründung meiner eigenen Network Marketing Firma Ich begann mein eigenes Unternehmen zu gründen Und das war das erste Mal Dass ich mich in den Bildungsbereich begab Weil mir klar wurde Dass die Menschen eine gewisse Bildung brauchen Die Menschen müssen einen Weg finden Wie sie an sich selbst glauben können Das ist das Wichtigste Wenn sie nicht an sich selbst glauben Wie sollte dann jemand anderes an sie glauben Und das war Wissen Sie Alles Das kommt immer wieder Und wie ich schon sagte Eines der Dinge Die 88 zu dieser Zeit gesagt wurden War 87 88,87 sagte Schauen Sie in den Spiegel Wenn Sie morgens das Haus verlassen Wenn Sie sich nicht selbst einstellen würden Warum sollte dann jemand mit Ihnen zusammenarbeiten Und das ist der Punkt Und deshalb sei immer glücklich Und es gab Zeiten in Ihrem Leben In denen Sie nicht der Typ waren Den Sie einstellen wollten In denen Sie in den Spiegel geschaut haben Ja, das hatte ich Erzählen Sie uns davon Ja, ich hatte also einige Zeit In der wirklich nichts passierte Und ich einfach normal war Ich war frustriert Und bei mir hat vieles schief gelaufen Aber am Ende des Tages War ich mir sicher Dass ich irgendwo ein kleines Stück Hoffnung fand Das mich auf die nächste Ebene brachte Ich wollte das nächste Level erreichen Das ist also Was ich getan habe Und ich habe herausgefunden Dass es wirklich so ist Dass ich nie über das Geschäft rede Wenn ich versuche Leute in das Geschäft zu holen Ich rede nie über das Geschäft Ich spreche nie über das Produkt Ich spreche von einer Chance Ich spreche von einer Chance Wenn Menschen dem Network Marketing beitreten Kann sich ihr Leben für immer ändern Und das Gute am Network Marketing ist Dass Sie gegen eine geringe Eintrittsgebühr Fast überall auf der Welt mitmachen können Mit ein paar hundert Dollar Können Sie Ihr Leben verändern Das einzige, was Sie tun müssen Und das ist es Was die Leute nicht sehen Sind Bemühungen Es kommt nicht auf die Zeit an Die Sie für das Geschäft aufwenden Sondern auf die Einstellungen Die Sie unternehmen Wenn Sie sich auf etwas konzentrieren Was Sie tun Müssen Sie, wie ich immer sage Etwas unternehmen Sie brauchen Konzentration und Disziplin Dies bringt Ihnen Erfolg Wenn einem die Action fehlt Und man sich auf die Disziplin konzentrieren muss Aber wenn Sie sich nicht konzentrieren Gibt es keine Taten und kein Geld Viele Leute versuchen es Dieses Jahr und dieses Jahr und dieses Jahr Aber es funktioniert nie Das kannst du nicht Warum ist ein Laser ein Laser? Weil es auf einen kleinen Punkt fokussiert ist Rechts Das ist also, was ich meine Also gehen wir diesen Weg Und dann begann ich Ein Team aufzubauen Und Sie sehen Dass viele Leute immer noch zurückkommen Und es liegt einfach an Ihnen Dass die Leute wegen Ihnen In das Geschäft einsteigen Was sage ich Wenn Sie dich akzeptieren Wenn Sie dich kaufen Schließen Sie sich dir an Gehen Sie mit dir Also bist du es Es bist immer du Und das Das ist, was ich getan habe Und dann Nach einer Weile Sagte ich Ich bin zum zweiten Mal geheiratet Wissen Sie Also Und ich habe meine Firma verlassen Ich habe es meinem Team überlassen Ich sagte Jungs Übernehmt das Es ist fertig Übernimm mein 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 Geschäft Nimm meine Firma Machen Sie Was Sie wollen Aber haben Sie Spaß dabei Und ich war auch ein paar Jahre lang Geschäftlich unterwegs Und dann sagte ich wieder Und dann sagte ich wieder Ich kann nicht ohne die glücklichen Lächelnden Menschen leben Und ich habe mein 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 Geschäft gegründet Nicht länger Für mich selbst Ich sagte Ich möchte diese Art von Verantwortung Nicht mehr übernehmen Ich möchte kein Unternehmen gründen Ich möchte nicht viele Stunden und Tage mit meinem letzten Unternehmen verbringen Ich habe das letzte Jahr mehr oder weniger jeden Tag im Büro verbracht Aber ich gehe gern raus und rede mit Leuten Ich schaue gerne in die Augen der Menschen Ich mag es Das lächeln der Menschen zu sehen Wenn die Augen anfangen zu leuchten Wissen Sie Das ist es Was ich vermisst habe Und so sagte ich Okay Ich arbeite für verschiedene Unternehmen Ich begann Verschiedene Teams aufzubauen Und wenn ich alles zusammenzähle Komme ich auf mehrere Millionen Mitglieder aus aller Welt Ich war inzwischen in 60,86 Ländern Oder 68 Seinem Vorsitzenden 8.686 Ländern Also ich habe in guten Zeiten 220 Nächte im Hotel verbracht Ich war also ziemlich, ziemlich auf der Seite Dies ist der ausführliche Reiseteil Ihrer Einführung Rechts Und was hat sie in diese schlaflosen Nächte getrieben In denen Sie Ihre Kinder vielleicht nicht gesehen haben? Wissen Sie, was sie fernhält? Was hat sie dazu gebracht, weiterzumachen? Was hat mich dazu gebracht, dies gerne zu tun? Wie ich schon sagte Lieben Sie, was Sie tun und tun Sie Und das war meine Motivation Andere Menschen glücklich zu machen Und obwohl ich jetzt zum zweiten Mal geschieden bin Habe ich fünf Kinder Ich habe zu allen meinen fünf Kindern ein fantastisches Verhältnis Viele Leute versuchen immer Ausreden zu finden Warum sie etwas nicht tun können Wie Sie sagen Oh, ich muss zu Hause bleiben Aber mal ehrlich Wissen Sie noch, wer Ihre Windeln gewechselt hat Als er drei Jahre alt war? Deine Mama Dein Papa Dein Papa oder dein Kindermädchen Du erinnerst dich nicht daran, oder? Niemand erinnert sich Niemand erinnert sich Rechts Wissen Sie, es ist immer leicht Eine Ausrede zu finden Doch Ihre Kinder werden sich daran erinnern Als sie Zeit für sie hatten Und sich Zeit für die Kinder nehmen konnten Sodass sie sagen konnten Leute, lasst uns in den Urlaub fahren Und dabei geht es nicht nur darum Ihr Bankkonto zu überprüfen Oder festzustellen, wie viel Geld sie haben Wohin kann ich Urlaub? Kann ich auf den See gehen? Kann ich mit dem Flugzeug reisen? Kann ich auf eine Insel gehen? Wissen Sie, das ist ein Punkt Und als nächstes müssen Sie Ihren Chef anrufen Hey, Chef, kann ich ein paar Tage frei nehmen? Wenn Sie, nein, gesagt haben Wissen Sie, dass jemand anderes die Kontrolle hatte Und wenn ich gehen möchte Dann gehe ich Wissen Sie, kaufe mir einfach die Flugtickets Und mache, was ich möchte Und es ging darum Frei und unabhängig zu sein Und Menschen dabei zu helfen Unabhängig zu werden Das ist das Hauptziel Und auch hier in der Branche habe ich nur geredet Ja, tolle Zoom-Anrufe mit meinen Teams Und der Punkt ist immer Was ich sage Sie müssen dafür sorgen Dass Ihre Leute glücklicher werden Und dann sind sie glücklich Steht Die größte Veränderung gab es gleich zu Beginn Es ging immer auf und ab Meistens mehr auf und ab Deshalb fiel es mir immer schwerer Nach oben zu klettern Und ich gab nie auf Der Tag kam An dem ich verstand Wo liegt das Geheimnis? Und das Geheimnis war für mich einfach Es war mir egal Wie viel Geld ich verdiente Ich habe darauf geachtet Wie viel Geld mein Team verdient Und das ist ein Punkt Den ich schon seit vielen Vielen Jahren im Auge habe Wenn mich Leute fragen Wie viel Geld ich letzten Monat verdient habe Muss ich sagen Ich weiß es nicht Ich habe mehr verdient Als ich ausgegeben habe Und das ist Was ich weiß Aber ich weiß Was mein Team gemacht hat Es geht nicht um dich Es geht um uns Die Menschen Es geht um das Team Und ich denke Das ist einer der erfolgreichsten Punkte Und größten Geheimnisse der Branche Kümmern Sie sich um Ihr Team Kümmern Sie sich um Ihre Mitglieder Und passen Sie auf sich auf Es ist tatsächlich Familie Ich arbeite nie Und das ist eine gute Sache Wenn man so lange in der Branche ist wie ich Ich habe nie mit Leuten zusammengearbeitet Die ich nicht mochte Das ist gut Wenn er mir nicht gefällt Dann gefällt er Wenn ich ihm sage Kumpel Entschuldige Du kannst mir so viel Ärger machen wie möglich Ich habe viele Angebote von vielen verschiedenen Unternehmen bekommen Die sagten Hey Komm vorbei Mach ein bisschen Coaching Mach das Dies habe ich eine Zeit lang gemacht Als ich nicht wirklich im Netzwerk aktiv war Und Coaching für dieses Unternehmen durchgeführt habe Aber wenn mir die Idee nicht gefiel Wenn mir die Philosophie nicht gefiel Wenn mir das Produkt nicht gefiel Könnten Sie mir anbieten Was Sie wollten Und das war mein Das war mein Leben Das ist es Was ich immer getan habe Menschen helfen Und einfach glücklich sein Sei einfach glücklich Und konzentriere dich auf das Glück Und konzentrieren Sie sich wie immer auf eine Sache zu dem Zeitpunkt Immer wieder sagen uns die Leute Oh Sie müssen über mehrere Einnahmequellen verfügen Aber wenn Sie Netzwerkunternehmen Nummer 1 betreiben Verkaufen Sie einigen Nahrungsergänzungsmittel Wenn Sie Netzwerkunternehmen Nummer 2 betreiben Verkaufen Sie Kosmetika Und wenn Sie Netzwerk Nummer 3 betreiben Verkaufen Sie beispielsweise einige Token oder was auch immer Und alle sagten Man muss 5 haben Nein Denn die Quelle eines Netzwerks sind immer die Menschen Wissen Sie Es ist also eine Branche Wenn Sie in Immobilien investiert haben Gibt es ein Einkommen Wenn Sie ein Unternehmen haben Das für Sie geführt wird Und Gewinn erwirtschaftet Das nächste Wenn Sie ein Geschäft haben Das nächste Doch in der Netzwerkbranche Müssen Sie sich immer auf ein Geschäft gleichzeitig konzentrieren Wenn Sie einen Blick in die Welt der Netzwerke werfen Wenn Sie sich alle Spitzenpolitiker rund um den Globus ansehen Alle Ich möchte keine Namen nennen Aber wenn Sie sich die Spitzenführungskräfte einmal ansehen Führen Sie gleichzeitig nur ein Unternehmen Sie können sich nicht auf zwei Sie können sich nicht auf zwei Zwei Mehrfacheinkommen konzentrieren Nein, nein, nein Versuchen Sie Sie lassen sich scheiden Also können Sie es auf diese Weise nicht machen Ich muss Sie etwas fragen Weil Sie viel Viel über Ihre Kinder reden Sie sind stolz auf Ihre Kinder Und Ihre gute Beziehung zu Ihnen Würden Sie einem Ihrer Kinder empfehlen Denselben Lebensweg zu gehen wie Sie Mit all den Schwierigkeiten Die dabei auf Sie zukommen können Und all den schlechten Aber auch den guten Zeiten Das Wichtigste in dieser Branche ist also Dass Sie es von sich selbst wollen Niemand kann dich dazu zwingen Wenn also eines meiner Kinder zu mir kommt und sagt Dass es das tun möchte Stehe ich auf jeden Fall dahinter Er würde jede Unterstützung bekommen Aber wenn Sie es versuchen Und das ist es Was viele Leute falsch machen Versuchen Sie Die Leute zu zwingen Und Sie zu überzeugen Wissen Sie Und jetzt müssen Sie folgendes tun Ich werde dies tun Nein Wenn er nicht von sich aus will Wird er es nie tun Deshalb Sobald jemand kommt Meine ich Aber der Hauptfokus liegt Wie wir bereits gesagt haben Auf der Bildung Ich bin also froh Dass meine Kinder hier zur Universität gehen Und gute, gute Sachen machen Wie gesagt Meine Tochter arbeitet an ihrer Promotion Also ist alles in Ordnung Es ist alles gut Network Marketing ist etwas Was Sie lieben müssen Sie müssen dazu bereit sein Sie müssen bereit sein Den Schmerz zu ertragen Und das kann nicht jeder Wie ich bereits sagte Müssen Sie bereit sein Den Preis für die aufgewendete Zeit Und Energie zu zahlen Und es geht nicht darum Geld auszugeben Denn es geht um Zeit und Mühe Die Sie investieren müssen Wenn also jemand zu den Kindern kommt Und Lust hat Mitzumachen Sage ich Okay Auf jeden Fall Los geht's Ich habe mein Geld damit verdient Und ein Imperium aufgebaut Ich habe mein ganzes Leben In der Netzwerkbranche verbracht Und arbeite jetzt dort 1988,1987 Als ich angefangen habe Also ich will nicht zählen Ich möchte die Zeit nicht zählen Und du fühlst dich wirklich Wirklich alt Nächstes Jahr werde ich 60 Also Und dann merkt man manchmal Wie die Zeit vergeht wie im Flug Meine Assistentin Die mit mir arbeitet Ist jetzt seit 27 Jahren bei mir Sie hat die ganze Angelegenheit Mit mir durchgegangen Es ist immer gut und immer stolz Und das ist es Was ich mag Menschen für immer um mich zu haben Das ist Und das ist das Leben Oder Menschen für lange Zeit An ihrer Seite zu haben Und ihnen zum Erfolg zu verhelfen Während sie erfolgreich sind Und sie haben ein wenig Über ihr Team gesprochen Aber das wollte ich eigentlich Weil einige der Leute Die unserem Gespräch gerade zuhören Vielleicht nicht wissen Was Marketing ist Und was Multilevel Marketing ist Oder was Connection Marketing ist Wie sie sagten Vielleicht können wir also Einfach ein wenig erklären Worum es geht Und wie es funktioniert Multilevel Marketing Ist eigentlich ein Geschäft Bei dem sie mit ihren Freunden sprechen Und ihnen die Möglichkeit bieten In ein Geschäft einzusteigen Eine Chance Die ihr Leben verändern wird Unser Geschäft basiert also Nicht auf Social Media Kram Und dergleichen Unser Geschäft basiert wirklich darauf Mit den Menschen zu sprechen Mundpropag Also Jetzt fangen sie an und sehen Wir sprechen über das größte Unternehmen Das Haushaltsreinigungsmittel Und solche Dinge verkauft Wissen sie Der Sinn des Network Marketing Besteht darin Einerseits anderen Menschen zu helfen Etwas zusätzliches Geld zu verdienen Und sich so ein zusätzliches Leben Ein besseres Leben zu ermöglichen Genau das tun wir Network Marketing bedeutet Dass man sich bei einem Unternehmen anmeldet Und das Gute daran ist Dass es meiner Meinung nach Für jeden und jede unabhängig Der einzige Weg ist Ich habe Mitglieder Die bei der Anmeldung 75 Jahre alt waren 75 Jahre Und die haben gutes Geld verdient Nach ein paar Monaten Verdienten sie mehr als Vor ihrer Arbeitsaufnahme Ich melde mich an Es sind 20 Jahre vergangen 21 Für eine allein lebende Geschiedene Frau Gab es keine Zukunft In diesem Geschäft Kann jeder etwas machen Denn es gibt ein paar hundert Euro Oder ein paar 50 100,200 Euro Sie können beginnen Indem sie ein Starterpaket kaufen Oder einige Produkte erwerben Die sie selbst verwenden können Und dann fangen sie an Mit ihren Freunden Und ihren Leuten darüber zu reden So und auf diese Weise Können sie immer einfach berechnen Wie viele Personen ich brauche Um das Geschäft im Zusammenschluss anzuzeigen Wenn sie also eine Provision von 10% erhalten Wissen sie es genau Wenn sie 10 Leute finden Die mitmachen Kommen sie auf die schwarze Null Und wissen Dass sie ihr Geld zurückbekommen Wenn sie ein normales Geschäft eröffnen Was auch immer sie gründen Nutzen sie ein Kaffee Ein Kaffeehaus Du brauchst ein Zimmer Das heißt Sie brauchen Miete Sie müssen eine Agentur bezahlen Sie brauchen eine Miete Sie brauchen die Ausrüstung Sie haben Mitarbeiter Sie müssen zwischen 20.000 und 5.000 Ausgeben Wenn es ein kleines ist Wissen sie Bescheid Wie hoch ist also der Gewinn einer Tasse Kaffee? 2 Dollar 1 US Dollar Sie wissen Wie viele Kaffees sie verkaufen müssen Und im nächsten Monat Fallen wieder zusätzliche Kosten an Im nächsten Monat müssen sie die Miete erneut bezahlen Sie müssen eine Versicherung abschließen Sie müssen einen Mitarbeiter bezahlen Das ist also eine unendliche Geschichte Wenn sie mit Network Marketing beginnen Kaufen sie zunächst ihre Produkte Und beginnen dann mit dem Aufbau ihres Teams Und wenn sie anfangen und ihr Team aufbauen Beginnen sie Geld zu verdienen Und sie verdienen damit mehr Geld Anschließend können sie auf die nächsten Produkte upgraden Sie können das nächste Produkt upgraden Netzwerk Marketing Das sollten die Leute immer verstehen Es geht nicht darum Ihr Geld auszugeben Was sie auf einem Bank Network Marketing bedeutet Mit einem Unternehmen Geld zu verdienen Und es wieder in das Unternehmen zu investieren Das ist auch gut Ich investiere viel in meine Teams Wir organisieren Events Wir organisieren Reisen Wir organisieren Inzentifaktionen Denn das ist es Was jeder Geschäftsmann und jedes Unternehmen tun muss Was ich sagen will Ist Dass er wie jeder Uber-Fahrer ein Auto kauft Viel Geld braucht Und etwas Geld verdient Was macht er mit dem Geld Er muss doch in das Auto reinvestieren Oder Er braucht Treibstoff Er muss müde sein Er braucht eine Dienstaltersversicherung Das Problem bei Netzwerkern ist Sie verdienen 100 Dollar Sie geben 100 Dollar aus Sie verdienen einen Dollar Sie geben 100 Dollar Und nach einer Weile stellen sie fest Hm Das läuft nicht Also immer das Was ich sage Leute Von 100 Dollar Die ihr verdient Gebt mindestens 20 Dollar In euer Geschäft zurück Nächster Punkt 20 Dollar Die sie auf ein Sparkonto einzahlen Berühren sie es niemals Sparen sie immer für regnerische Tage Geben sie dann 60 Dollar aus Und sie werden sehen Dass es so funktioniert Denn es geht zwar nicht immer nur rauf Aber eben auch nicht immer Jeder Tag geht bergauf Manchmal geht es runter Und wenn sie das Gefühl haben Oh mein Gott Ich habe kein Geld Ich habe keine Ersparnisse Wissen sie Ihre Stimmung und ihre Motivation sinken Wenn sie jedoch anfangen Jeden Monat 20% ihres Einkommens zu sparen Können sie sicher sein Dass sie überleben können Egal wie viele schlechte Tage es gibt Und das gibt ein gutes Gefühl Das gibt ihnen ein gutes Gefühl Und bedeutet Dass ihr Geschäft kontinuierlich wächst Und das ist meine Empfehlung Für das Netzwerk Netzwerken bedeutet einfach Mit Leuten zu reden Etwas mit ihnen aufzubauen Und ein echtes und seriöses Produkt zu haben Produkte Die Menschen nutzen können So etwas gibt es in unserer Branche nicht Wir haben so viele Ich nenne sie Schwarze Schafe Wissen sie Bieten Angebote an Lassen sie uns ein bisschen darüber reden Denn manchmal verwenden sie dieses Modell Das Multilevel Marketing Soweit ich weiß Auf der ganzen Welt Sie verwenden dieses Modell sozusagen Als Pyramidensystem Wobei das Produkt selbst nicht viel wert ist Und die ganze Provision Und das ganze Geld dadurch verdient wird Dass man mehr Mitglieder in Den Prozess einbezieht Lasst uns also vielleicht ein wenig darüber reden Was macht den Unterschied zwischen einer gut funktionierenden MLM Marketing Initiative und einem Pyramidensystem aus? Äh, Punkt 1 ist, dass sie ein echtes Produkt brauchen Es muss ein Produkt sein Es besteht also keine Vorstellung, dass dies eine der Punkte ist, die sie benötigen, um ein Produkt zu erhalten Ein Produkt kann sogar ein gutes Bildungsprogramm sein Ein Produkt kann ein Nahrungsergänzungsmittel, ein Gewichtsverlustprogramm oder etwas anderes sein Das Problem besteht darin, dass viele Leute einfach anbieten Oh, zahlen Sie heute 100 Dollar Sie bekommen 1% Handelsgewinn pro Tag Sie bekommen dies oder Sie bekommen einige Token Sie werden über Nacht reich Das ist es, was die Leute lieben Das ist ein Problem Es ist die Gier der Menschen, die dieses Geschäft ermöglicht Wissen Sie, wenn Sie den Leuten sagen Jetzt kaufen Sie dieses Produkt Und jetzt müssen wir dieses Produkt verkaufen Sagen Sie Oh, ich weiß nicht Aber wenn Sie den Leuten sagen Geben Sie mir 100 Dollar Gebe ich Ihnen jeden Monat 10% Ja Und es springt und das ist ein Problem Überlegen Sie also immer, ob es möglich ist oder nicht Jeder weiß, dass Network Marketing bedeutet Dass wir den Leuten Provisionen zahlen müssen Dies bedeutet, dass von einem Einkommen von 100 US-Dollar 60 oder 70 US-Dollar als Provision ausgezahlt werden Wie kann also jemand in ein Unternehmen investieren? In diesem Fall müssten wir sagen Investieren Sie 10.000 Dollar Und erhalten Sie jeden Tag 1% auf 10.000 Dollar Aber die 10 Dollar kommen nie dem Unternehmen zugute Denn 6.000 Dollar sind für die Provision draufgegeben Es sind also nur noch 4.000 Dollar übrig Aber die Gier der Menschen und die Zahlen, was Sie jeden Tag sehen Und dieses Unternehmen verzeichnet hier 1%, 0,54 Und das ist nur für Leute, die einsteigen wollen Aber es ist der Traum, reich zu werden Nichtstun ist in den Köpfen der Menschen verankert Schau dir das an Wenn Sie diese Lotterien sehen, wissen Sie Alle Lotterien rund um den Globus Haben Sie einige der Bilder von Lotterien in den USA gesehen Wo Menschen mit einem Volumen von einer Milliarde Dollar stundenlang Schlange stehen Um ein Los zu kaufen Wissen Sie, Sie wissen genau Dass die Gewinnschoss bei 1 zu 150 Millionen liegt Es besteht eher die Möglichkeit Dass Sie von einem Lastwagen überfahren werden Bevor Sie die Lotterie betreten Weißt du, als es zu gewinnen Genau, deshalb habe ich gesagt Dass ich nie Lotto spiele Ich möchte nie von einem LKW oder sonst etwas überfahren werden Ich sage immer Ich möchte nie von einem Sonntag getroffen werden Genau Aber genau das ist das Problem Was die Leute tun Ist immer eine Herausforderung Es ans Licht zu bringen Aber solange sie ein legitimes Produkt haben Ist alles in Ordnung Solange die Leute in dem Geschäft Geld verdienen Viele von Ihnen finden es auch so Dass die Leute sich einmal anmelden und nie etwas bezahlen müssen Woher also soll das Geld kommen? Nur bei Neuanmeldungen Hier rufe ich also das Schema auf Wenn also Leute Produkte kaufen und Monatsabonnements haben Und auch monatliche Produkte erwerben Dauert der Aufbau länger Aber jeder möchte über Nacht reich werden Jeder denkt Oh, ich melde mich heute an Morgen bin ich reich Aber das ist was was Leider nutzen viele Unternehmen und viele Menschen nur diesen einen Grund aus Gier aus Den wir alle im Kopf haben Sie melden sich an und tun nichts Aber ich sage immer Leute, wie oft habt ihr gemerkt, dass es nicht funktioniert hat? Und das gilt nicht nur, wenn wir darüber reden Sondern auch, wenn wir über Bernie Madoff reden Wissen Sie, eine einzelne Person hat Millionen und Abermillionen Dollar In sein Komplott hier an der New Yorker Börse gesteckt Er war super berühmt Und die Leute sagten, dass sie von Anfang an eine Ausbildung hatten Die darauf abzielte, Unternehmen zu leiten CEOs zu werden, Großnamen und große Hollywoodstars Sie haben es geglaubt Ich zahle ein und werde über Nacht reich Ich zahle ein und verdiene 10, 20,30 pro Wenn die Zahlen zu groß sind, denken die Leute nicht mehr nach Es sind einfach die gierigsten Arbeiter überhaupt Aber wenn Sie sich dieses System einmal logisch anschauen würden Würden Sie verstehen, dass es nicht funktioniert Doch keiner will es glauben Genau Und manchmal wissen Sie, warum ich das Gefühl habe Dass die Leute ein schlechtes oder nicht funktionierendes Produkt sehen Und trotzdem daran glauben Es spüren und sagen Oh, es wird funktionieren Es wird besser Wissen Sie, ich sehe das häufig bei Pyramidensystemen Wenn das Produkt manchmal, wie Sie sagen, schlecht ist Denken sich die Leute in Gedanken neu und sagen Okay, es ist gut Es funktioniert, wissen Sie Insbesondere bei Nahrungsergänzungsmitteln und dergleichen Wenn du kannst Es ist wie ein Placebo-Effekt Sie können einfach eine Pille nehmen Und ich bin jetzt glücklich und nichts passiert Wissen Sie Wie können also die Leute, wissen Sie Manchmal sehr begeistert von dem Produkt sein Und manchmal sind Leute aus dem MLM-Marketing Wissen Sie Sehr begeistert von dem Produkt Und versuchen, sie davon zu überzeugen Wie erkennt man dennoch, ob es sich um ein gutes oder ein schlechtes Produkt handelt Es ist ganz einfach zu erkennen, ob es sich um ein gutes oder ein schlechtes Produkt handelt Und ob die Verwendung des Produkts Ihnen Vorteile bringt Ich würde immer sagen, dass es sich bei Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Gewichtsverlustprogrammen um ein gutes Produkt handelt Es hängt viel von ihrer Einstellung ab Ich habe viele Jahre lang Programme zu Gewichtsabnahmen verkauft Wir haben Leute, die 10, 20, 30 Kilo abgenommen haben Und Leute, die überhaupt nicht abgenommen haben Wissen Sie Das ist ein Punkt, den die Leute einen Tag lang nutzen Sie haben das Abnehmprogramm durchgeführt und am nächsten Tag gesagt Oh, ich war gestern bei meinem Diätprogramm Jetzt kann ich eine extra Pizza essen Wissen Sie Es geht ein bisschen um die Denkweise Der Hauptpunkt ist Wenn Sie ein Unternehmen sehen Das ein echtes Produkt hat Bei dem Sie jeden Monat aktiv sein müssen Monatliche Produkte kaufen und dieses Produkt trotzdem nutzen können Dann würde ich sagen, dass es ein seriöses Unternehmen ist Wenn du nicht bist Nein, kein Network-Marketing-Unternehmen kann Ihnen eine Kapitalrendite verkaufen Da es sich nicht um eine Investition handelt Ich kenne tatsächlich kein einziges Network-Marketing-Unternehmen auf der Welt Das Investitionen verkaufen kann Von wem darf die Kapitalanlage verkauft werden? Äh, legitime, legalisierte und registrierte Investmentbanken, Bankmakler, ein paar private Firmen Aber ich habe kein einziges Network-Marketing-Unternehmen gesehen, das über eine Lizenz verfügt Investitionen sind in unserer Netzwerkbranche meiner Meinung nach daher niemals möglich Das ist kein Weg Und das ist es, was die Leute sehen möchten Wenn Sie 1%, 2%, 5% pro Tag sehen müssen und meistens etwas Geld auf Ihr Konto einzahlen Können Sie sich am Ende des Tages meistens von Ihrem Geld verabschieden Es ist weg Genau Also passt bitte immer auf euch auf, Leute Und überlegt es euch zweimal Und natürlich sagen die Leute immer Oh, versuchen Sie es mal mit 50 Dollar Natürlich haben Sie 50 Dollar eingezahlt Sie lassen es einen oder zwei Monate lang drin Anschließend drücken Sie einen Auszahlungsknochen Sie zahlen vielleicht 10 oder 20 Dollar Gewinn aus Weil Sie schon zu gierig sind, um alles auszuzahlen Weil Sie denken Oh mein Gott, ich könnte Geld verlieren Und so arbeitet dieses Unternehmen Also Leute, wenn ihr Geld anlegt Mein, mein Rat Geht zu einem seriösen Berater Geht zu eurer Bank Und selbst wenn Sie nur 10% pro Jahr bekommen, ist es mehr Denn auf der anderen Seite gehen höchstwahrscheinlich 100% verloren Toll Und wenn Sie sich bereits mit Multilevel Marketing auskennen Lassen Sie uns ein wenig über die Leute sprechen, die an einem Multilevel Marketing Programm teilnehmen Wie können Sie in diesem Programm erfolgreich sein, angesichts Ihrer 5 wichtigsten Tipps oder Top Tipps für den Erfolg in einem Multilevel Marketing Programm? Das Wichtigste ist, dass Leute, die neu einsteigen, auf die Menschen hören, die bereits erfolgreich sind Wissen Sie, unser Geschäft ist so einfach, aber die Leute machen es immer gerne kompliziert Regel Nummer 1 lautet, gib niemals auf Das ist, was auch immer passiert Und das ist das Beste an der Network Marketing Branche Sie können nie scheitern, das verspreche ich Ihnen Sie können niemals scheitern Das Einzige, was passiert ist, ist, dass Sie aufgeben Wenn ich 10 Freunde anrufe und alle Nein sagen, habe ich dann versagt? Nein Wenn ich anhalte, um die 11 anzurufen, habe ich versagt Aber wie gesagt, wenn ich die Rufnummer 11 abnehme, habe ich nicht durchgefallen Rechts, genau Und wenn er Nein sagt, kein Problem, rufen Sie die Nummer 12 an Das ist also der Weg Also gib niemals auf, machen Sie sich mit den Grundlagen vertraut Bleiben Sie bei den Details Lassen Sie Ihren Tag planen Viele Leute wachen gerade auf und was wir heute tun, ist Wissen Sie, es ist, als würden wir jeden Tag einen Plan machen Was möchten Sie tun? Mach dir einen Namen Listen Sie die Grundlagen Was musst du machen? Finden Finden Sie erfolgreiche Menschen Hören Sie sich Ihre Geschichten an und erfahren Sie, wie Sie es gemacht haben Und das haben wir zum Beispiel gestern bei einer Anerkennungsveranstaltung gemacht Und das ist immer gut Sie bringen Leute auf die Bühne und Sie erzählen Ihnen, was Sie getan haben Wissen Sie, ich kenne niemanden, der ohne Probleme mit Network Marketing angefangen hat Und manche Leute, wie ich, ließen sich scheiden Manche wurden aus der Familie verstoßen Es ist alles möglich, wissen Sie, jemand wurde aus der Firma gefeuert Weil der Chef sagte, oh, Sie machen Network Marketing Sie haben ihn gefeuert, weil er dachte, wie Sie vorhin sagten, es handele sich vielleicht um ein Pyramidensystem Es ist so viel passiert Aber wenn Sie an das glauben, was Sie tun, dann machen Sie es einfach Nehmen Sie Ihr Telefon ab, rufen Sie die Nächsten an, rufen Sie die Nächsten an Und wichtig ist, es immer kurz und einfach zu halten Die Leute wollen von Gelegenheiten hören, aber nie Details kaufen Die Leute wissen, warum Sie ein iPhone kaufen Sagen Sie es mir wegen der Marke und weil es mir gefällt und für mich bequem ist Genau, genau Sie kaufen das iPhone also nicht wegen aller Funktionen und der Kamera Denn Sie könnten für 100 US-Dollar ein anderes Telefon kaufen, richtig? Es beginnt gleich Was machst du mit dem Telefon? E-Mails senden, E-Mails empfangen, im Internet surfen, brausen, WhatsApp messen Rechts, das ist nichts Besonderes Wir fliegen nicht mit einem Telefon zum Mond, oder? Ja, aber wir tun es, weil wir es richtig machen wollen, damit Sie es genau sehen können Und zwar bei einem Produkt mit einem Geschäft Der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, den Menschen zu zeigen, dass sie genau das wollen, was sie haben, und ihnen dabei zu helfen, ihr Leben zu ändern Niemals aufgeben, ist also eigentlich unsere einzige Regel Konzentrieren Sie sich, haben Sie etwas Disziplin, seien Sie konsequent Das bedeutet, dass Sie jeden Tag ein bisschen arbeiten müssen Viele sagen, weil man in einer Netzwerkbranche mit einer Wochenarbeitszeit von 5 bis 6 Stunden erfolgreich sein kann Viele Leute denken Oh, 5, 6 Stunden, das mache ich am Samstag Samstag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag machen Sie nicht Nur abhängen Und am Samstag ruft ein Freund an und sagt Hey Kumpel, lass uns das trinken gehen, okay? Boom, boom Was passiert also? Samstage vorbei Sagst du Ah, nächstes Mal Nächste Woche Samstag mache ich es und dann arbeite ich noch ein Was ist ein Samstag? Nachdem Ihre Frau sie anruft Hey Kumpel, wir müssen einkaufen gehen So gut Erledigt Nächste Woche Gegangen Also Und dann das Das geht eins nach dem anderen Und dann sind ein Monat, zwei Monate, drei Monate vergangen Und Sie sagen Mein Geschäft läuft nicht Ich verdiene kein Geld Es funktioniert nicht Und dann Und dann Fangen Sie an, sich zu beschweren Aber man sollte sich nicht über das Geschäft beschweren Sie sollten sich über sich beschweren Denn Sie haben es nicht getan Deshalb sollten Sie jeden Tag 15 Minuten, 20 Minuten oder eine halbe Stunde damit verbringen Ein paar Bücher zu lesen, die Sie jetzt bei unserem YouTube und allem, was Sie haben, finden Im Headquarter finden Sie zahlreiche erfolgreiche Business Trainer Sie finden Brian Tracy Sie finden so viele Leute, die Ihnen auf YouTube alles kostenlos geben Hören Sie diesen Leuten zu Füllen Sie Ihren Geist einfach mit positiven Nachrichten Das sage ich immer Unser Geist ist wie ein Schwamm, nicht wahr? Wenn Sie Ihre schmutzige Küche aufräumen und den Schwamm ausdrücken, kommt der Schmutz heraus, nicht wahr? Ja, und dasselbe gilt für den Geist Nichts kann hinausgehen, wenn nichts hineingeht Also füllen Sie es mit positiven Dingen Sehen Sie sich ein paar Videos an Rufen Sie ein paar Freunde an Gehen Sie zu den Treffen Gehen Sie nicht alleine Versuchen Sie, immer zu zweit zu gehen Das ist, was wir getan Wir saßen eine Stunde zusammen Zu Beginn hatten wir keine Zoom-Anrufe Wissen Sie, ich fuhr 60,70 Kilometer mit einem Auto zu meinem Büro und dachte Wie war es überhaupt möglich, dass das Auto noch so fuhr? Das Auto war zu diesem Zeitpunkt schon alt Und ich bin es und ich habe gerade ein bisschen trainiert, wissen Sie Also, und wir saßen zu viert oder fünft an einem Tisch Also machten wir diesen kleinen Workshop und sagten Okay, lasst uns die Leute, aber bevor wir die Leute aufrufen, lade ich die Person ein, die mir gegenüber sitzt Ich habe ihn eingeladen und wir haben ein bisschen trainiert Sie sehen, jetzt läuft Olympia in Paris an Ja, glauben Sie, dieser Athlet hat nichts getan? Sie waren gerecht Oh, mein Ticket Ich muss morgen fliegen Und Sie begannen zu trainieren Natürlich nicht Nein, Sie haben damit angefangen, als Sie Kinder waren Genau Ja, also die ganze Zeit mit dem Zug Und wenn Olympia vorbei ist, folgt das Abschlusstraining Nein, der Zug zur nächsten Olympia Ja, dies gilt auch für unser Geschäft Sie müssen es ständig tun Es ist nicht fertig Mach das jetzt Also trainieren und senden Du gehst raus und schickst dich Sie gehen auf die Menschen zu Sie sprechen mit ihnen Denn wenn es jemandem beim Zusammensitzen nicht gut geht, machen Sie sich keine Sorgen Es liegt an Ihrem Geschäftspartner Aber wenn Sie den Kontakt verlieren und der einmal Nein sagt, ist es höchstwahrscheinlich für immer Nein Verlieren Sie also nicht Ihre Kontakte, weil Sie zu faul waren, sie zu trainieren Und selbst wenn ich von einem Nein, Nein, Nie spreche, bedeutet Nein, Nein eine neue Chance Also fangen Sie noch einmal von vorne an Frag ihn einfach Einfach Was haben Sie an meiner Präsentation nicht verstanden? Lassen Sie ihn also auftauchen und von vorne beginnen Eine Sache, die viele Leute falsch machen, ist Wie viele Ohren haben wir? Zwei Rechts Ein Mund Was bedeutet das? Wir müssen mehr zuhören Wir müssen mehr zuhören Das ist der wichtigste Punkt, insbesondere im Verkaufskurs Genau, genau Ich habe gerade vor ein paar Tagen hier in Dubai mit einem Freund gesprochen, der eine der größten Uhrenfilialen hier leitet Und die durchschnittliche Zeit, die Sie mit den Kunden verbrachten, betrug 30 Minuten Von dem Moment an, als der Kunde zur Tür hereinkam, bis er die Tür mit der Uhr verließ, vergingen also 30 Minuten Wir sprechen nicht über High-End Uhren, sondern über normale Uhren Stattdessen ging es darum, eine Möglichkeit zu finden, den Umsatz zu steigern Und Sie haben sich die gesamte Verkaufspräsentation angehört Sie haben einen Extra-Bonus gewährt, wenn die Präsentation weniger als 10 Minuten dauerte Also haben Sie reduziert Sie haben für die Leute, die geredet haben, alles Unnötige herausgenommen Sie unterrichten Sie jetzt Statt 30 Minuten dauert es 10 Minuten Und Sie haben die Uhrenverkäufe mehr als verdoppelt Machen Sie es einfach kurz und einfach Das ist es, was die Leute verstehen müssen Halte es kurz und einfach Viele Leute unterschreiben heutzutage einfach nicht mehr, sondern klicken nur noch auf ihren Namen Und als ich es tat, mussten die Leute einen Vertrag unterschreiben Die Leute standen schon mit einem Kugelschreiber bereit Sie wollten es bereits unterschreiben und sagen Ja, das müssen Sie sehen, das müssen Sie sehen, das müssen Sie sehen Und die Leute redeten immer noch Und dann kommen Sie an den Punkt, an dem er nicht versteht, wovon Sie sprechen Wird er sich dann anmelden? Nein, nein, natürlich nicht Nein, manchmal ist es nicht einmal notwendig, das Produkt zu verstehen Wissen Sie, es geht nur, wenn Sie ihm zuhören und ihm sagen Okay, ich habe die Lösung für Ihr Problem Und wenn Sie wirklich aufmerksam zuhören, verstehen Sie sein eigentliches Problem Manchmal spricht er das eigentliche Problem nicht an Er sagt etwas anderes Und wenn Sie sein Problem verstehen, dann möchte er genau das kaufen Ja, das ist der Punkt Eine Lösung besteht darin, und die Leute versuchen immer, eine Ausrede zu finden Denn das größte Problem, und damit muss ich mich ständig auseinandersetzen Ist, dass die Leute immer Angst haben zu sagen Nein, ich habe kein Geld Das ist alles Denn meist beginnt Network Marketing im Freundeskreis Und jetzt kommt mein Freund vorbei und verkauft mir eine Idee, für die ich 1000 Dollar zahlen soll Aber ich habe die 1000 Dollar nicht Oder ich sollte verkaufen und 100 Dollar zahlen Was, wenn ich nicht möchte? Okay, du bist ein Freund von mir Du bist zu mir gekommen Sie haben mich nach dieser Idee gefragt Ich mag es nicht Sie Sie haben Angst zu sagen, dass Sie kein Interesse haben Sie wissen, dass der Ausdruck Kein Interesse Ein Ausdruck ist, den fast niemand sagen kann Wissen Sie Sie finden immer eine Ausrede Ja Das ist meine Empfehlung hierzu Wenn so etwas passiert ist Lautet mein Rat immer wie folgt Was Sie tun Punkt Nummer 1 ist Dass Sie sagen Okay Abgeschlossen Ich verstehe Hände schütteln und dann schließen Alles erledigt Wir sind mit der Präsentation fertig Reden wir also über etwas anderes Aber mal ehrlich Warum hast du Nein gesagt? Sag mir Er sieht bereits Dass das ganze Geschäft zum Erliegen gekommen ist Es ist erledigt Also fühlt er sich sicher Hörst du dir das an? Die nächste Sache Was ich das Was ich mache Ist auch so Es ist eine einfache Sache Aus diesem Grund sollten Sie eine Namensliste haben Sie sollten über einige Kontakte verfügen Sie geben Ihren Namen und den der Person Mit der Sie gesprochen haben An Ihre Upline Beziehungsweise Ihren Sponsor weiter Und sagen ihm Bitte sprechen Sie mit ihm Fragen Sie ihn Warum er sich nicht angemeldet hat Jetzt bist du also blind Also würde ich dich mal nennen Ein Freund von mir hat eine Präsentation Ich rufe dich an und sage Hey Elias Eine Frage Wir sind wirklich sehr überrascht Im Normalfall ab 10 Personen 10 Leute haben sich angemeldet Das hast du gestern gesagt Nein An meinen Geschäftspartner Was ist der wahre Grund? Tatsache ist also Dass Sie diesen Kerl nicht kennen Sie werden ihm die Fakten erzählen Oder? Ja So einfach Einfach Also Und dann als guter Verkäufer Elias Genau Für diese Lösung Für dieses Problem Haben wir die richtige Lösung Daniel Also bringe ich Sie zurück an den Tisch Genau Und Sie und ich haben das Gefühl Dass man als Geschäftsinhaber Oder als derjenige Der die Verkaufsgespräche führt Manchmal nicht bereit ist Den wahren Grund zu erfahren Warum man abgesagt hat Deshalb denke ich Dass es nicht daran liegt Dass jemand anderes An Ihrer Stelle zuhört Und es Ihnen sagt Wissen Sie Vor allem hoffe ich Dass es auf eine gute Und produktive Art und Weise geschieht Daher glaube ich Dass dies ein guter Weg ist Das Problem Und ich möchte Sie auch fragen Denn wir sprechen in diesem Interview Über Ihre wirklich erstaunliche Lebensgeschichte Wie Sie vom Klempner Zu einem erstaunlichen Experten Für Marketing und Coaching wurden Ich möchte Dass Sie sich an die Leute wenden Die uns gerade zuhören Und dieses Interview sehen Und Ihnen ein wenig Motivation geben Vielleicht Ihren Job aufzugeben Oder vielleicht über Ihren Platz Im Leben nachzudenken Und vielleicht etwas Größeres Aus Ihrem Leben zu machen Indem Sie Ihren Job aufgeben Wenn Sie das also sagen würden Würden natürlich 99% Des Netzwerks sagen Kündigen Sie den Job Und arbeiten Sie nur noch mit mir Ich sage es nicht Was ich sage Ergibt keinen Sinn Leute Lasst uns einen Plan machen Und das heißt Sich an den Plan zu halten Was Sie in den nächsten 12 Monaten Erreichen möchten So Und jetzt fange ich an Mit Ihnen einen Plan auszuarbeiten Wir setzen uns zusammen Machen einen Plan Und ich empfehle folgendes So habe ich es gemacht Ich habe in diesem Seminar gearbeitet Ich habe meinen Plan gemacht Dann habe ich in meinem Netzwerk Mehr Geld verdient Dann habe ich diesen Audi gebaut Wissen Sie Und ich habe damit nur eine Teilzeitschicht gemacht Anstatt 8 Stunden Ich habe 4 Stunden gearbeitet Das bedeutete Dass ich noch mehr Zeit hatte Mein Geschäft aufzubauen Und jetzt habe ich mein Einkommen In meinen Network Marketing Unternehmen Noch einmal verdoppelt Und dann habe ich meinen Job gekündigt Denn Sie müssen wissen Was ich sage Bevor Sie ein gewisses Maß an Sicherheit nötigen Wenn Sie heute Ihren Job kündigen Wie lange können Sie ohne Einkommen überleben? Ein Monat Zwei Monate Drei Monate Sie wissen, dass Sie Miete zahlen müssen Sie müssen die Hypothek abbezahlen Was auch immer Also haben Sie kein Geld Und wenn Sie sich selbst diesen Druck aussetzen Wenn Sie sich selbst diesen Druck machen Werden Sie scheitern Oder auf all diese Betrügereien hereinfallen Das ist das perfekte Opfer Wenn Sie es richtig und ordentlich bauen Haben Sie kein Problem Weil Sie es genau wissen Ich baue es auf Und wenn es ein Jahr dauert Ist es mir egal Ob Sie 6 Jahre brauchen Um Arzt zu werden 9 Jahre zur Schule gehen 6 Jahre auf die Universität gehen Oder irgendeinen Job machen Bevor Sie Arzt werden Es ist 25 Jahre Network Marketing bedeutet nicht Dass Sie sich heute anmelden Und morgen erfolgreich sind Network Marketing bedeutet Aufbau Man baut Schritt für Schritt auf Aber dafür brauchen Sie einen Plan Also Und wenn Sie sich einen Plan halten Werden Sie es schaffen Lassen Sie sich die Empfehlung also niemals entgehen Kündigen Sie Ihren Job niemals sofort Bauen Sie es auf Verdienen Sie Ihr Einkommen Machen Sie einen Halbtagsjob Machen Sie einen Halbtagsjob daraus Dann verdienen Sie mehr Geld Und dann kann man sagen Jetzt hör auf Das Problem ist Worüber die Leute nachdenken Und Sie haben es schon oft gesehen Sobald ich in der Network Marketing Branche Hauptberuflich arbeite Bin ich Der große Boss Und kann bis 10 schlafen Unbeschwerte Auf keinen Fall Ich muss nicht mehr um 7 aufstehen Schlafen bis 10 Oh Lass uns einen Kaffee trinken Und den Nachmittag genießen Sie wissen Dass Sie das Gefühl haben Ich sei der Boss Und Sie würden verlieren Denn wenn Sie für jemanden arbeiten Haben Sie normalerweise jemanden Der Ihnen genau sagt Was Sie tun Richtig Wo auch immer Sie hingehen In jeden Supermarkt Überall hat jeder Mitarbeiter jemanden Der jemandem erklärt Was Sie morgens Schritt für Schritt tun müssen Du schließt es In der Nacht schließt man es wieder Äh Morgen Nachts geöffnet Du schließt Richtig Also sind Sie jetzt der Chef Der Ihnen sagt Was Sie tun sollen Nur du selbst Nur du selbst Ja genau Ja Und wenn Sie sich sagen Lass uns einen Kaffee trinken gehen Oder Lass uns einen Kaffee trinken gehen Lass uns Mittagessen gehen Sie gehen zum Mittagessen Aber Sie tun das hier nicht Was muss getan werden Das ist also der Grund Wie ich schon sagte Sie brauchen einen Plan Was machst du Stehen Sie morgens auf Stehen Sie sogar eine Stunde früher auf Machen Sie diese Dinge Was muss getan werden Und das habe ich von Brian Tracy gelernt Er hat ein berühmtes Buch geschrieben Eat the Frog in the Morning Was auch immer Sie nicht tun möchten Sie müssen es zuerst tun Warum Wenn Sie etwas haben Was Sie nicht gerne tun Aber Sie müssen es tun Sie müssen Ihren Steuerberater anrufen Sie müssen Ihre Bank anrufen Um eine Verlängerung des Kredits zu erhalten Was auch immer Es ist alles in deinem Kopf Du rennst wie verrückt Oder Können Sie sich auf die guten Dinge konzentrieren Und motivieren Nein Also Was bewirken diese Dinge Sie möchten es nicht gleich morgens als erstes tun Und haben sonst einen schönen Tag vor sich Also genießen Sie ihn einfach Das ist doch einfach und leicht Oder Toll So ein toller Tipp Ich möchte Sie auch nach Ihrem persönlichen Stil fragen Wir haben ein bisschen darüber geredet Wissen Sie Ihre Schuhe Ihre Armbänder Alles Was dort passiert Wie sind Sie hierher gekommen Sie wissen schon Sich ausdrücken Äh Zuallererst musst du immer du selbst sein Also Und der Punkt ist Dass ich durch meine Anwesenheit Von einem meiner engsten Freunde Ein Armband bekommen habe Das mir gefiel Also kaufte ich immer mehr Und flog sogar zusätzlich Weil es weltweit nur ein einziges echtes Geschäft in Los Angeles gibt Wo man das kaufen kann Also flog ich nach Los Angeles Ging einkaufen und Leute Ich war wie im Himmel Für mich Es war Als würde ich dies und das und das ausführen Und dieses Mal kaufe ich Sei einfach du selbst Es ist wichtig Ich bin es Ich bin es Es ist mir egal Was die Leute über mich denken Es hilft mir nicht in meinem Leben Wissen Sie Wenn Sie denken Ich bin ein Idiot Dann freuen Sie sich Betrifft mich nicht Weißt du Wenn ich anfange zu fühlen und zu denken Und wenn ich versuche Alle in meinem Leben glücklich zu machen Bin ich der unglücklichste Mensch auf dem Planeten Also habe ich einfach meinen Stil gefunden Ich habe mein Leben gelebt Ich akzeptiere es Und ich lasse diese Menschen in mein Leben Wo es mir gefällt Wenn mir jemand nicht gefällt Oder mir jemand nicht gefällt Spreche ich nicht mit ihm Ich muss nicht mit ihm reden Ich gehe nicht zu Veranstaltungen Wo, wo, wo ich einfach Single bin Ich sehe Leute an Orten An denen ich nicht hin will Wissen Sie Allein der Anblick dieser Leute macht einen wütend Wissen Sie Es heißt also Genieße einfach 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 dein Leben